Monster verprügeln. Mach doch. Mach doch. Oh nein. Ich weiß ganz genau, was das hier wieder ist. Jetzt kommen ja Monsterwellen. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Gut. Jetzt kommt das Hacking. Ich bin der Sie. Ich bin der Sie. Das ist ein Wettbewerb. Ich bin der Sie. 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 Das war's für mich. Das ist ein Wurziger. Showtime! Na dann? Die Qualität ist mir okay. Kann man das ja auch unterstellen? Ja, es ist leider so Twitch-bedingt gerade. Falls du nicht bist. Ich werde ihn nicht beeinflusen. Ich wünsche ihm einfach neu gestartet. Ich werde ihn nicht verletzen. Ich werde ihn nicht verletzen. Ich werde ihn nicht verletzen. Herzlich willkommen! Oh, jetzt kommt der nächste Boss! Ernsthaft? Ich hab doch... Die Musik in Persona ist mega geil. Du musst gar nicht arbeiten. Du kannst doch nebenbei zocken. Nein, Tatsache. Ach so, das andere Arbeiten noch. Ah, oh, oh. Richtig aufs Maul, natürlich? Oh, was zur Hölle? Hat der uns jetzt gerade alles platt gemacht? Oh, was zur Hölle? Das ist super. Oh, was zur Hölle? Was ist das? Das war's für heute. Der ist mir nur ein, der ich! Ja! Los geht's! Können wir? Können wir? Können wir Sie? Ich will sie auch wieder. Los geht's! Schau, ich bin! Schau, ich bin! Aber Takenawa! Hm. So Schau, ich bin ich nicht. Was ist das? Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Ich habe mich nicht mehr aufgelenkt. Bis zum nächsten Mal. Das war's für mich. Zeitgut war Osternander, ja. Agilao habe ich gelernt. Alphas tot. Ich schaffe den Kern. So Knödel mit Speck und Zwiebeln am Start. Oh, lecker. Lass es dir schmecken. Ist das nicht so? Teufelsfucht spielt das Spiel im One-Peace-Universum. Ja, klar. Ich finde, das ist so ein richtig geiles One-Peace-Spiel. Guck mal, so ein Decken, die mich komischerweise nicht. Da bin ich gerade laufen. Interessant. Jetzt muss ich auf die Seite. Ich bin aber fast tot hier. Ich habe fünf Punkte, dann nutzen wir das mal. Dann spare ich nämlich ein bisschen meine ganzen Ressourcen. Und ich habe nicht so viel. Oh, wow, Keks. Wenn man Dinge nicht mehr sucht, tauchen die halt manchmal so auf. Doch, dazu habe ich sie die ganze Zeit gesucht. Oh, wow. Kann ich die jetzt einfach so wechseln? Tatsache. Ich habe immer gedacht, ich kann die erst später immer wechseln. Wenn ich bei dem Tor bin, oder... Und wo war sie? Auf meinem übermüllten Schreibtisch. Echt, ich meine, ich müsste nicht aufwollen. Wenn du selbst auf deinem Schreibtisch nicht mehr deine Sachen findest, dann solltest du auf jeden Fall... Das sind schon Anzeichen. Ich habe ihn mit ihr. Ich habe ihn mit dem Dorf. 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 Aber es ist nicht so, dass es nicht in den Schiff ist. Fokus. Die Sprecher haben dort gesehen, die sich auf den Schiff durchgedrückt und überrascht. Ich habe ihn mit dem Schiffen. Wie kann man den Schiffen? Ich kann mich einfach nicht aufwollen. Ich habe ihn mit dem Schiffen. Da war es unsichtbar noch, scheiße. Was ist denn das für Schwerter? Ich bin niemand! Du Ashrin! Ich bin neu hier auf Tisch! Guten Tag! Ich wollte einfach mal ausprobieren, ob mir ein anderer Name zu sein. Das habe ich schon lange mal als Idee gehabt. Ich meine, ich habe den streamt fast seit 5 Jahren. Da kann man es ja einmal probieren. Es tut mir leid für die Verfügung. Das ist keine Absicht. Ich will euch nicht verwegen. Ich habe keine Ahnung, wie sie sind. Diese Map ist so extrem verwirrend. Ich bin einfach gar nicht mit dem. Bei der ersten Map ging es noch. Hier ist es einfach... ...und ich habe keine Ahnung, wie sie sind. Was ist denn? Ein bisschen bleibt so so leid, das wäre ja egal, was du machst. So soll das auch sein. Ich habe keine Ahnung. So soll das auch gelade sein. Ich habe ein sehr glückliches Gefühl von dem Tisch machen. Ich hatte mich nicht noch ein glückliches Gefühl von der ersten Map zu machen. Ich glaube, es ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin ein halber bisschen abschneiden. Viel Spaß dabei, Kimus. Oh, ich muss diese Kontaktlinie rausmachen. Jetzt sind es zwei von D. Das lief doch gut. Warum habe ich diesen komischen Eulmann als? Den will ich nicht. Soll ich vielleicht ja deinen alten Namen sichern? Du meinst die Akkorde? Ja. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich kann nicht pfeifen. Ich kann niemals für mich pfeifen. Das ist so schön. Ich bin einig. 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 nachlässig merkt es aber kontakt ist sind angenehmer so Ach, guck er nochmal. Ich bin nicht runtergefunden. Ich muss seit acht Jahren eine Brille tragen und hatte sie vielleicht fünfmal auf, dass sie nicht vernachlässigt. Boah, das ist wirklich Vernachlässigung. Was meine ausseitig in der 7. Klasse bin? Man muss es mir lesen, selbst wo ich in der ersten Reihe war, was ich dann einfach nicht mehr kann. Das war echt scheiße. Das kann sein, weil wir frisch geändert wurden. Ja, aber dann werde ich wiederkommen. Ich habe also einen Untergrund im Großbritiven der Welt gesagt. Schaut auf, wie auficef es. Ich habe schon erlebt. Die Tür ist so geflatet. Der Sie ist fertig. Ach, das ist gut. Ich habe einen Schreiber-Festing in den Gebieten. Der ist eine Verkrankung. Der ist nicht so geflatet. Der ist kein Wichse, aber das ist gut. Dann muss ich den Arx. Ich bin die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen, wer hätte das gedacht? Gut, dass ich gewonnen habe, mein Leben ist echt ziemlich beschissen. Ja, die will ich auch haben, die Schatztruhe. Schwere Klopfer. Schwere Klopfer. Vielleicht für ihn? Nee, er schlägt ja mit einer Kräuse. Mit wenn habe ich so eine krasse Waffe? Ah, guck mal hier. Smart Couture war das, genau. Cool. Muss ich jetzt nicht für Algoros kaufen. So, sechs Punkte. Was machen wir denn schönes? Wer wird das Glück? Ich weiß nicht genug Punkte, ich hasse dein Leben. Wie viele Punkte war ich? 15. Ich spare jetzt darauf. Darauf spare ich jetzt. So, was ich? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist so, was ich hier? Oh, das ist auch so ein Ding, da? Schreibe zu sehen, dass er sich nämlich auch noch ein Video ist. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ähm, das ist jetzt nicht so cool. Das ist eine Anführerin? Was? Kann ich abhauen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist auch. Du bist auch, der sieht gut aus. Du bist auch. Das war's. Du bist so schön. Du bist gar nicht. Jetzt hast du den Niemann. Du bist gar nicht. Du bist gar nicht. Du bist gar nicht. Alter, was übertreibst du halt direkt? Mist, gut. Ich hab einfach keinen. Ich hab einfach keinen. Okay, dann ist es halt so. Okay. Also ist jetzt nicht schlimm. Aber wo ist dich auch noch? Also wir kommen auf Twitch der Welt. Da muss ich rum. Okay. 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 Okay.